Zum ersten Mal in Aachen als Mitglieder der Deutsche Bank Reitsportakademie, Franziska Stiegelmeier und Ursula Wagner. Auf dem Programm eine Fortbildung zum Thema Social Media, also wie Facebook nutzen oder Instagram. Ich denke, gerade die Social Media werden immer wichtiger und es ist auch als Sportler natürlich die Außenrepräsentation sehr wichtig. Insofern denke ich, es ist durchaus sinnvoll, dass wir uns da auch mal ein bisschen genauer damit befassen. Es ist das erste Mal, dass ich bei so einem Medientraining dabei bin. Ich finde es auch sehr wichtig, weil ich bin jetzt auch bereits erst seit einem halben Jahr bei Facebook zum Beispiel, wie man damit umgeht, wie man es auch positiv nützen kann für sich selber oder seinen Beruf. Ich bin gespannt. Zum Medientraining sind alle aktuellen Stipendiaten eingeladen. Nach einem Einblick in die rechtliche Seite geht es gleich praktisch zu. Am spannendsten war natürlich, wie sie uns auf die Leute losgelassen haben, so gesagt hat, jetzt geht ihr mal raus und dreht drei Live-Videos selbst. Ja, da ist man am Anfang schon eher so so, was, ich, wie soll ich jetzt? Aber gut. Wir hatten uns auch schon ein paar Themen überlegt und dann hatte ich aber das Glück, dass ich die Treppe runterlief und dann sah ich, da ist Isabel wert. Und da habe ich gedacht, das ist doch ein gutes Thema, ich schnapp mir die. Und ja, sie hat sofort mitgemacht und das war natürlich für uns gut. Das Interessanteste und eigentlich das Lustigste, was wirklich Spaß gemacht hat, war eben diese Live-Videos zu drehen. Als die Springreiter abgelaufen sind, haben wir uns einfach mit reingemogelt und sind dann auch einmal durch den Parcours gelaufen. Und hatten einmal das Glück, wir durften hinter die Kulissen schauen von den Medien von WDR, ZDF. Ja, ich habe was gelernt, ich konnte ein Live-Video machen, war spannend. Ja, ich habe es gelernt, ich habe es gelernt, ich habe es gelernt,